Florian Silbereisen wieder verliebt? RTL-Moderatorin macht Andeutung. Ist Florian Silbereisen Single oder in einer Beziehung? Bauer sucht Frau Moderatorin Inka Bause klärt in der ARD-Live-Show Schlagerbohm auf und macht Silbereisens Liebesleben publik. Am 19. Oktober wurde das große Schlagerbohm-Festival mit Florian Silbereisen, 43, im ersten Live übertragen. Musikergrößen wie Roland Kaiser, 72, Andreas Gabalier, 39, und Howard Carpendale, 78, waren in der Show mit von der Partie. Auch Bauer sucht Frau Moderatorin Inka Bause, 55, ließ sich das Event in der Westfalen Halle in Dortmund nicht entgehen. Im Gespräch mit Silbereisen auf der Bühne standen die Themen Liebe und Dating auf dem Programm. Schlagerbohm auch an Silvester, Live-Dats während Silbereisen-Show Florian Silbereisen verrät, dass sich beim erstmaligen Silvester-Schlagerbohm dieses Jahr Singles für ein Live-Dat in der Show bewerben können. Lothar Matthäus ist leider nicht mehr erlaubt, äußerte der Moderator dazu und ließ sich eine Stichelei gegen den Ex-Fußballer nicht nehmen. Seine Gesprächspartnerin Inka Bause gab dann ein überraschendes Update über das Liebesleben von Silbereisen höchstpersönlich. Inka Bause verrät, Florian Silbereisen ist Single. Du suchst ja auch schon lange, meinte die 55-jährige RTL-Moderatorin und bezog sich darauf, dass Florian Silbereisen sich selbst für ein Live-Dat in der Silvester-Show bewerben solle. Damit verrät Inka Bause offenbar, dass ihr Moderatoren-Kollege Single ist. Für so manchen Fan des 43-Jährigen kommt das wahrscheinlich überraschend. Schließlich wurde einst getuschelt, dass Silbereisen in einer Beziehung sei. Inka Bause macht jetzt bekannt, dass Florian Silbereisen offiziell Single ist.